Ey jadi Du hast Kaiku getötet Hallo, ich brauch doch mein Kühlpack bitte Hey, was geht? fahre gern langsam und vorsichtig was schlösschen zusammen ich muss defizit durch letzte woche nachholen ich muss meine hütte jetzt ausziehen jetzt weiß ich warum ich die körper hergekommen ist ich will warte ich guck mal ob es noch weich ist ich hab den falschen Knopf gedrückt ich muss mal durchrutschen hier ist notiert mit 265 säugen ok 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 ich habe übrigens diese voice normalisation jetzt noch mal ausgemacht ich glaube ohne ist sogar besser wir müssen das noch mal ein bisschen beobachten ok ich habe das auch nicht an aber ich weiß auch das gibt bitte keiner der jürgen von der mann stück nach vorne fahren vielleicht ja ich frau stück nach vorne ein paar moment später ach du aufpassen klar ja 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 Da haben sie sich fest aufs Maul gelegt. Er reicht Preiss nicht. Deshalb Tor. Die Salle verweigt die Idioten. Ja komm, lass sie nochmal runterschutzen. Oh, da steht er. Preiss. 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 Hey Preiss. 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 Du musst näher dran. Mann. Der pinkelt hier alles voll. Guck dir das an. Der ist daneben. Er ist das. Er ist das immer mal. Wirklich und da macht er nicht mehr sauber. Nee. Ich glaube, morgen nehme ich Wutze von ihm und macht das einfach. Deswegen ist die Klobrille immer so geil. Preiss. 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 Das kann ich nicht mehr so kippen, Alter. Das kennst du nicht. Kann ich nicht. Okay. Wie kann ich euch helfen? Der wird aber gut sagen, dass wir kommen jetzt wieder. Der wird durchziehen. Sag ich dir jetzt schon. Waaah. Alper. Das war doch so, wenn wir einen Einsatz hätten, ne? Ja, ich fange alle noch nicht an. Manni, kannst du da mal den Namen holen? Das war doch gut, oder? Sie ist aus dem Blitz jetzt da. Alter, ich raue dir die rüber ein. Nimm jetzt deine Hand runter. Heißt euch mal kurz zusammen. Ey, Finger runter jetzt. Ja, hab ich doch jetzt. Lass das. Alter. Blöde Kalle, du. Hör. Hör auf jetzt. Oh mein Gott. Oh Gott, es regnet. Aua. Au. Für wen denn? Raus da. Oh Gott sei Dank. Scheiße. Da. Raus. Ey, warum ich auch? Raus. Kimi, komm rein. Die beiden sitzen hinten. Okay. Was ist los? Das hast du toll gemacht, Kalle. Ich fühl mich nicht so. Das hast du toll gemacht. Danke. Hier gerade jemanden im Schleichmodus, dass der hier rumschleicht. Ja, check. Wir sind jetzt vor Ort. Wir machen noch kurz Uhr auf. Steig auf. Ist der Astana das Code 5, ist das auch. Jo, Bro, hast du die Cops gesehen? Oh, ja, jetzt gerade. Okay, cool. Ja. Hi. 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 Oh Gott. Mögen sie mal für dein Tuch aus dem Gesicht nehmen. Ja, ja. Okay, im Moment, ja. No, wir. Aber. Hey, hey, hey. Was de', oh- Au- Au, au- 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 Du, 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 du. Aaaaaa wave! Aaaaaa wave! Ho- Jo, komm weg weg. Hallo! Ich hab sie gerade noch hopped. Eeeh! Ach, hast du wieder rum. Warst du den abgestochen oder was? Ich hab ihn... Rufen wir jetzt wieder für den Alter der ist so fett, man Weißt du was? Ey rufen wir jetzt wieder für den, man Nein, Alter! Oh Gott, was ist denn? Das klingt ja ekelhaft Schick wenigstens in Dispatch, schick'n Dispatch für den Auslach Nein, lass abhauen oder nicht? Schick dem Auslach in Dispatch Ich glaub der stimmt, Alter Jetzt zudehnen das aber, ne? Ich glaub der stimmt Ey, geh ich hier ab Sepadibus Richtung Westen, er ist am roten Train vorbei Weil er in Richtung Westen Uiuiui Mein Gott! Ich glaub ich seh dich So Okay Dann steigen sie mal ein, die Laterne steht doch Die war nicht so gut Pass mal auf, warte Na ja gut Na ja gut, noch regnen wir nicht, okay? oh Hahahaha 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 Ahm Ähm, was, was hast du heute gefrühstückt? Ich äh Ich bin Popeye Popeye die Seefrau Ei. Ist tot, ja. So, dann geht's gleich mal zur Wand, ja? So, irgendwas spitzescharfes noch dabei. So, im Flugzeug ist es nicht Binsengel. Gut, je nachdem welches wir haben. Wie spiele ich das jetzt aus? Bei der Einsatzleitung für die Streitfahmen Samms ist der Beschuldigte schon rausgekommen. Ich hab F gedrückt. Den Gleisers Opfer.